Mama, ich bin fertig mit meinem Müsli. Kann ich sie immer auf den Balkon stellen, um die Einhörner zu füttern? Da war zwar noch nie ein Einhorn gekommen, aber vielleicht hast du ja irgendwann gelöst. Ah! Wie krass! Mama, ich habe ein Einhorn... Das sieht aus wie ein Einhorn-Kackhaufen. Werbung! Hallo ihr Lieben! Nicht nur hat ein Einhorn einen Kackhaufen auf unserem Balkon gesetzt, wir können unsere eigenen Einhorn-Kackhäufchen machen mit diesem Unicorn-Poop-Surprise. Und dann sind hier ganz viele Überraschungen drinnen. Ihr habt Einhorn-Essen. Einhorn-Magie. Einen Überraschungsduft. Und was ist das letzte? Ein Einhorn-Sessel. Und hier ist ganz viel Fisch. Wow. Ich hatte also so ein Trink-Sächerchen. Eine Parfüm-Flasche. Oh, das ist der Mix-Sächer. Und... Oh, du hast einen extra glitzernden Kackhaufen. Meiner sieht aus wie ein Panda. Jetzt wollen wir den Schleim machen. Ihr könnt mehr als 35 verschiedene Kombinationen sammeln. Erstmal müsst ihr zweimal euren Becher befüllen. Und dann hier in euer Gefäß geben. Und rein damit. Jawohl. Jetzt müssen wir fünf Tropfen in unserem Duft dazu geben. So, fünf Stück drin. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unser Einhorn-Essen hier zugeben können. Jetzt muss man das eine Minute lang schütteln. Wow. Wow. Meiner hat dieselbe Farbe wie deiner. Das Unicorn-Magic kommt noch dazu. Und jetzt verändert sich die Farbe nochmal. Toll. Das Beste ist, Ava, du kannst den Schleim hier drin und verstauen. Cool. In diesen tollen Schlüsselanhänger. Er pupst auch. Ja. Den kannst du dann zum Beispiel an den Schulranzen hängen. Ihr Lieben. Wir hoffen, dass euch unser Pupsi-Surprise-Slime-Video gefallen hat. Wir sind super begeistert von unseren ganz tollen Slimes hier. Wir würden uns über einen... Na, na, rumbrüllen. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Schaltet die Glocke an. Ding, ding. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, was neue Videos gibt. Wir spielen jetzt weiter mit unserem Pupsi-Surprise-Slime. Und wir sehen euch dann... Beim nächsten Mal. Bis dahin, Jelien. Tschüss.